Ja, oder? Vergiss die Videos nicht auf der Stirn. Dann musste mal jemand rein. Später Minuten. Das ist frisch, oder? Ja. Vielen Dank. Ach so. Darf ich den Rücken? Ja, du hast 10. Wie lange muss er jetzt wieder bleiben? 2 Minuten. Warte, warte. Wir mussten herankommen. Wir hatten schon wieder Quallen. Weiß nicht. Aufhören.